Wie verbindest du am schnellsten unser Carolina Rig mit deiner Hauptschnur? Auch da gibt es einen Knoten, der jeder kann. Wie ihr wisst, unsere Carolina Rigs haben so einen kleinen Ring und den gilt es jetzt mit der Hauptschnur zu verbinden. Einmal durch, befestigen, ein bisschen stabilisieren. Fünf Umdrehungen, nimmst den Spitz wieder, gehst da durch die Schlaufe durch und jetzt, da das Schnur ist geflochten, gehst du nochmals einmal hier durch die grosse Schlaufe zurück. Einfach als Sicherheit, ein bisschen befeuchten, et voila, ready to go.